Oh mein Gott, ich bagge im Boden. Ich bagge, ich bagge, bagge! Und jo, meine Freunde, erleichtern und seiten Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge der Minecraft Battle Bad Wars Battles, Entschuldigung, hier habe ich gerade schon, alter zusammen, heute gegen den wunderbaren MC Expert und ich glaube, heute werde ich vielleicht meinen Meister finden denn bis dato bin ich noch ungeschlagen aber selbst mit einer Niederlage könnte ich ganz gut klarkommen, aber ich werde mein Bestes geben und ich würde sagen wir beide fangen direkt an für die Leute, die das noch nicht kennen, das Format wir spielen Best of Three das heißt, der Erste, der zwei Bad Wars Runden im One on One gewinnt, der gewinnt das Spiel Geld Geld gewinnt er, gut, und dann würde ich sagen Leute, wir sehen uns direkt wieder in der ersten Runde jetzt So, da sind wir jetzt auch in der ersten Runde Tim ist angespannt Eine der Maps, die habe ich ein einziges Mal gespielt die ich richtig blöd finde Wo gibt es, alter? Wegen dem Bett Stell dir das mal bitte an Das ist ja ganz unten, ne? Mhm Da kriegst du echt Fall Damage, wenn du dich da noch hochbaust Wo gibt es, ach, da gibt es Eisen Hey, ich kenne die Items hier gar nicht Weil sie sind ja anders, ne? Das ist ein Bad Wars Genau das gleiche Nur einfach gestackt Also du kannst nicht für mehr Eisen bessere Schwerte holen zum Beispiel Und du musst dir Echt komisch Du musst dir Pfeile holen mit Bronze Das finde ich cool allerdings, muss ich sagen Das finde ich cool Aber, dass man nur so billige Schwerte holen kann Ja, das ist, das ist kritisch Kann, kann nicht immer gut sein So, wie ist Tims Taktik, das ist jetzt die große Frage Okay, ich sehe dich schon Ich grüße dich, Sturmachal Hallo Das Gute ist aber, wenn du dir jetzt einen auf Dings machst Obwohl, wenn du in deiner eigenen Base bist, hast du immer noch unendlich Pfeile Eigentlich, ne? Ja Kommt da mal Gold runter? Nein Komm jetzt Ich muss zurück Komm, komm, komm Nein Oh Gott Okay Alles gut Nein, du Ja Ich hasse es Du kannst das Gold hier nicht droppen Ja, ja Ich habe mir das nämlich so schön dahin gedroppt Ja, aber das Dann so ein Schein Ja, aber das finde ich gar nicht mehr so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen Warum? Weil, ja, weil das ein Mono-Mon ist Gerade deswegen Na und? Deswegen kann ich doch trotzdem für Ja, wenn du, weißt du, das ist für Nicht für Pro-Gamer ausgelegt ist hier Rap Ah Ich bin so langsam gerade, ne? Ich bin immer noch ein bisschen verbaselt Ähm, zack, 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 zack Zack, 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 zack Kurz gucken Es ist auf jeden Fall Es ist auf jeden Fall gezackigt Zack, 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 zack Jetzt, hör auf zu zacken, das darf nur ich Arsch, 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 arsch Arsch, arsch Nein, jetzt holst du dir Gold, ey Ist echt nicht okay Meinst du? Findest du? Warum nicht? Erzähl mir genau Warum nicht? Übrigens, für den, äh, weil man keinen Fall braucht, braucht man glaube ich auch nur drei Gold Fällt mir gerade mal so auf So Ich muss gerade tatsächlich auch mal meine, meine Taktik ein bisschen umstellen Denn es ist mir zu viel Konfrontation mit dir, das gefällt mir nicht Du bist so ruhig, Tim, das stört mich Erzähl mir, erzähl mir was von deinem Wochenende Los, wie war, wie war dein Nutella-Brot, was du gestern gegessen hast? Habe ich nicht gegessen Gestern habe ich Schwarzwälder Kirsch-Nutella gegessen Habe ich nicht gestern gegessen Erzähl, ja, erzähl ganz genau, was du gestern gegessen hast, bitte, danke Weiß es nicht Hast du vergessen Achso, Fleisch Echt? Du bist kein Vegetarier und das sind unsere Ziele So, was mache ich denn jetzt hier? Weiß ich nicht Noch so schönes, das hier vielleicht Ah, ist auch nicht schlecht Der Bogen ist jetzt kacke Weil ich habe keinen Lust schon Du bist bei mir verbuggt Wie, ich bin verbuggt? Also in der Luft Ja, okay, aber in der Luft ist ja im Prinzip die ganz normale Hitbox da nur Jetzt nicht mehr, okay Okay, alles gut Okay, mein Freund Oh, fuck dich Tim, Alter What the fuck, Alter? Wie nervig ist das denn? Och, nee, ich hasse diese Map, ne? Oh mein Gott, ich habe einfach, ich habe mich in der Außensicht Oh mein Gott, ich habe mich in der Außensicht Oh Gott Nichts da Nein, so knapp, so knapp, Alter Hey, hey, du hättest die Kiste abbauen müssen Hä? Ne, ne, ich konnte da durch, glaube ich Das ist doch immer bei den Kisten so Warten wir jetzt Gold holen Wer denn? Tante Emma Ich Und rat mal, wer jetzt einen Bogen holt Wer denn? Ich Wer denn? Wer genau? Erzähl es mir Scheiße Ich hätte einfach Das ist echt nervig, Mann Oh Gott Du Lappen Kacke Hey, warum? Achso Komisch Ja, toll Jetzt ist echt scheiße Du hast keine Rüstung an teilweise Ja, das ist echt ein bisschen verbuggt Ach, fick dich! Komm so nicht durch Das ist unmöglich, Mann Das ist nicht möglich Es ist unmöglich, Mann Es ist so nervig Unfucking glaublich Wie, okay Ich hab ne Taktik Hey, was hast du denn versucht? Ja, das ist immer so ein Block Da bin ich mir fast sicher, dass ich da dran komme Glaube ich nicht Also ich glaube, es ist zu weit nach unten Doch, von da an Ich werd gerade echt böse, Tim So, okay Zack, 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 zack Und fucking fassbar Hast du dich übrigens Oh, hab ich jetzt das hier Hab ich jetzt Noch jetzt Ähm Nix, das bist du Ich bin leider ein bisschen langsam Ja Übrigens, Tim konnte mir leider seine Facecam-Aufnahme nicht schicken möchten Nein, ich hab gelacht Die Rüstung ist voll verbuggt Ja, das sieht man die manchmal nicht, ne? Ja Ach, komm, ey Getting them feile Getting them feile, sag ich da Also Einen Rekord hast du auf jeden Fall schon mal geknackt Jetzt bei dem Format Du hast auf jeden Fall bis dato die längste Runde mit mir Ja, die große Frage ist, ne? What to do with the drunken sailor early in the morning Jetzt da Niki sein Try me, bitch Try me, bitch Nur, willst du sterben oder runterfallen? Ach, komm Ach, komm Wie schnell respawnst du denn Und dann Oh, shit, ey Hier ist halt echt der scheiß Spawnpunkt Also Ich meine, du kannst gar nichts sagen Mit deiner komischen Aids eingebauten Kacke Wo ich nie rankommen werde Ich würde sowieso drauf hinauslaufen Dass wir uns sowieso in der Irgendwie einer Oder wir in unsere Basen laufen Das gibt es nicht, Tim Das gibt es nicht Nicht dein Ernst Nicht dein Ernst, Tim Nicht dein fucking Ernst Du Assi Du Asozial Na Der Mütz Danke Ich dachte, ich komme durch Und dann war da ein Block Alter Ich raste gleich nicht aus Manu Du hast noch Gold Wie viel Gold hast du denn bitte gesnackt in der Mitte? 63 63 Ein halber Das ist ja wieder am Ausgangspunkt, ey Immer dieses Gekaufe, Mann Hatte ich schon zwei Mal in der Zeit equippt, wo du jetzt hier unterwegs warst Oh fuck, Alter Wo muss ich denn jetzt... Du hast doch hier versteckt jetzt gerade, oder? Nein Wie kannst du denn kein Knockback bekommen, du Hacker? Cheat Hack 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 Alter, Cheat Hack Wie kannst du da kein Knockback bekommen haben, du Assi? Ich bin runtergesprungen Vorher schon What the fuck, Alter? Alter, das war echt knapp Ich wusste, dass du irgendwo bist, was ich heute schon gesehen habe Das war echt knapp Nein Ich hab meinen Block da drunter geklickt Oh mein Gott, 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 oh mein Gott Hier, guck ein, 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 guck ein Wet-Player hat gewonnen Aber erste Runde nur, Tim, erste Runde, Leute, wir sehen uns in der zweiten wieder Oh, das war richtig spannend Ich muss dann weg, ne? Bis dahin, ciao So, da sind wir in der zweiten Runde Für mich geht es jetzt schon um alles. Spin the while. Ich auch. Alter, fick dich, ne? Bei aller Liebe, Tim. Du kannst dich mal ficken. So, zack. Oh, jetzt schon meine Chest. Ist auch cool. So, und in der Mitte. Und Diamond Ristum. Full Diamond Spirer. Woodlack Titan. Was? Der Woodlack Titan. Was ist der Woodlack Titan? Boben und Stingels. Ja, das ist mein, mein, mein Künstlernamen. So, hieß ich auch früher in der Pornoszene. Früher? Okay. Früher? Oh nein! Oh nein! Stipp jetzt! Stipp! Stipp schneller! Kacke, kacke! War keine gute Entscheidung. Das war keine gute Entscheidung. Du Lappen! Gib mir Blöcke! Gib mir Blöcke! Gib mir Blöcke! Nein! Kacke! Ja, Mann! Verdammt! Ja! 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 Ah, herrlich, ey. Puff! Puff! Aua! Nein! Aua! Kacke! Okay, 1-1, Leute. Aber ich habe den Sprung noch geschafft. 1-1. Ja, ich dachte mir auch so. Ich habe gehofft, dass du da anders springst und dann kann ich noch ein Schwert kaufen und dann... gut, Leute, dritte und entscheidende Runde. Boah, das ist richtig spannend, Mann. So, dritte und alles entscheidende Runde jetzt. Oh, heilige Fresse, Leute. Das wird echt mies, sage ich denn mal. Ich habe echt, ich will einfach eigentlich nur die Schnauze halten jetzt, ne? Und mich voll konzentrieren auf den ganzen Kack hier. Nein, ist auch kein Ding. Kein Ding. Man muss ja auch sagen, man hat ja so einen kleinen Speed-Vorteil, je nachdem, wo... Was? Wo jetzt die Blöcke spawnen. So, recht? Ja, also man muss halt hier schon echt weit laufen. So, okay, nice. Das ist fertig. Kommt echt schnell in die Mitte hier, ne? Ach, komm! Was denn? Was denn? Erzähl genau, was passiert ist. Gold brauche ich! Okay, okay, jetzt... Ah, jetzt hast du viel mehr Sachen als ich. Mhm. Hit. Okay. Ich muss jetzt an den Wagnis eingehen. Im besten Fall geht das gut, ansonsten sind wir jetzt sterben. Okay, mach das Match aber nochmal ein bisschen spannender. Ich hab, glaub ich, echt seit langem nicht mehr so geschwiegen und einfach nur noch gestarrt. Einfach. Ah, es ist herrlich. Okay. So, zack, zack, zack. Ähm. Oh, Tüdi. Schöne Base hast du übrigens. Danke. Hast du sie selbst gemacht oder Tine Witter oder? Viel Eigenkreation. Die Tine war. Die Tine war es. Ich hab auch gar nicht noch nie hier reingeguckt, was das gibt's denn hier noch. Oh, äh? Echt? Oh, äh. Oh, äh. Oh, äh. Oh, äh. Nein. 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 Das war so ekelhaft. Oh, nein. Oh, Mutter. Oh, Mutter. Oh, Mutter. Gewinnt. Gewinnt. Am Ende des Tages geh ich hier raus und hab gewinnt. Noch ist kein Meister gefunden. Nein. Es stehen noch schwere Gegner an. Das war ein richtig geiles Match. Meine Fresse, ey. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefallen hat. Dann schaut auf jeden Fall auch bei MC Expert vorbei. Da haben wir auch die Tage exotisch ein bisschen Gemario partied und andere schmutzige Sachen gemacht. Auch noch mit dem anderen Part von Team Paluffel. Ähm. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Puh. 20.000 Likes. Tschüss. 20.000 Likes. 20.000 Likes. 20.000 Likes. Vielen Dank.